UNTERTITELUNG Wo ist er? Es gibt Sachen, über die darf man nicht reden. Sachen, die früher passiert sein. Vor langer Zeit. Lieb die Sache. Dann tu etwas. Aber dass man nicht darüber reden darf, das heißt nicht, dass man es je vergessen kann. Was willst du da bei uns? Es gibt nämlich Sachen, die lassen sich nie mehr vergessen. Don't! Na, na! Du kommst echt aus Amerika. Weg! Ja. Den heiligen Vater, den dürft ihr keinen Tag und keine Stunde vergessen. Ich habe das rote Gebot gebrochen. Ich habe getötet. Du bist jeden schwer. Da. oder Nw Upon j Vielen Dank.